Twintec bietet weltweit ein Gesamtangebotskonzept mit einem hohen Mass an Leistung, Umweltverträglichkeit und Ästhetik. Durch das Twintec Plus Behandlungssystem für Betonböden wird jedes Twintec-Produkt durch die langfristigen Vorteile erheblich aufgewertet. Ein neuer und revolutionärer Schleif- und Polierprozess für Industriebetonböden. Eliminiert die Staubbildung aufgrund einer reaktiven Bindung der freien Kalkpartikel im Betoninnern. Schafft einen staubdichten, abriebfesten, langlebigen Betonboden mit hoher Lichtreflexion. Das Twintec Plus System besteht aus folgenden Komponenten. Densifier Protective Sealer Das Twintec Plus System eignet sich für bestehende und neue Betonböden und ist in wenigen Schritten sehr einfach anzuwenden. 1. Das Schleifen der Oberfläche eliminiert die Mikrorauheit. Mikrorauheit 2. Verdichtung und Staubbindung mit dem Densifier 3. Der nasse Polierprozess verdichtet die Poren und schafft eine glatte Oberfläche 4. Versiegelung der Oberfläche mit dem Protective Sealer 5. Trockenpolieren Verbessert die Optik, die Widerstandsfähigkeit und die Abriebfestigkeit. 5. Geringere Wartungskosten und einfache Entfernung von Reifenspuren. 6. Reduzierung des Stromverbrauchs dank der hohen Lichtreflexion. 7. Reißt nicht und blättert nicht ab, wie einige Epoxidbeschichtungen oder Bodenfarben. 7. Rutschfest 7. Verringert das Eindringen von Wasser und Öl um mehr als 90%. 8. Schaffen Sie mit Twintec Plus eine sanfte, glänzende, abriebfeste und staubfreie Oberfläche. 8. Schaffen Sie mit Flügel 10. Schaffen Untertitelung des ZDF, 2020